Hi, ich bin Alex, ich bin die Projektleitung des Masterclass Stipendiums und habe die Ausstellung kuratiert und die Jugendlichen über ein Jahr begleitet. Die Masterclasses sind Stipendium für Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren und sie bekommen die Möglichkeit an Workshops teilzunehmen zu verschiedenen künstlerischen Themen und dann zum Schluss eine Ausstellung zu erstellen mit ihren eigenen Kunstwerken. Also meine Arbeit, das heißt die kollektive Vertreibung der Menschheit und die besteht auch aus drei Teilen, also einmal aus dem Graphie, dann aus Sound und aus Pupmaché. Die Hannah hier hat mir auch sehr geholfen mit Ideenentwicklung, aber eigentlich war ich schon davon überzeugt, so Verzweiflung, innere Verzweiflung und das eigentlich so das innere Gefühl und dieses Einfach des Lebens schon darzustellen. Ich glaube, die Idee mit dem Körpergefühl, was du vermitteln willst, war schon von Anfang an was, was du mitgebracht hast und ich glaube, wir sind mal so durch Ausstellungen gegangen im Haus und haben uns so angeschaut, okay, was gibt es für konkrete Präsentationsmöglichkeiten. Dann bist du eigentlich, ja, in dein Stübchen gegangen und hast eine sehr gute Arbeit produziert und genau, bin voll stolz und froh, dass ich das begleiten durfte. Ich habe zwei Animationsfilme gemacht, einmal einen gezeichneten, dann einmal einen, der mit KI generiert ist und der Sinn dahinter war sozusagen Konsumverhalten zu thematisieren und wie schnelllebig unsere Gesellschaft ist und wie wir halt die ganze Zeit versuchen, immer und immer mehr zu schaffen in kürzerer Zeit. Und das war super spannend und hat auch mir umgekehrt sehr viel gelehrt, weil Viktoria einfach ein super starkes Konzept schon hatte und mega motiviert war und da tausenden Zeichnungen angefertigt hat und das zu begleiten, das war auf jeden Fall eine sehr spannende und schöne Zeit. Ich hatte beim ZKM das erste Mal die Möglichkeit, meine traditionelle Kunst in einem Holzschnitt mit meiner Medienkunst, meinen Videos, die ich aufgenommen habe, zu kombinieren. Hierbei war es mir ganz wichtig, dass meine Videos in den Mustern, in meiner Musterwelt drin liegen und dass ich die zusammen kombinieren. Ich habe einmal eine Tonfigur und ein Hologramm. Das Titel meines Werks heißt Ist es gerecht oder ist es fair? Und das ist auch der Titel meines Gedichts, das ich im Hologrammwerk von mir vorstelle. Da geht es vor allem um Themen wie globale Ungerechtigkeiten, vor allem in Bezug auf den globalen Süden, welche Irrtümer es da teilweise gibt oder eben wie meistens nur ein Teil vom Ganzen auch beleuchtet wird. Ja, also ich fand es super schön, dass ich mit allen meinen Anliegen zu einer Person gehen konnte. Ich habe meine ganzen Ideen praktisch aussprechen können und es war schön, dass jemand dahinter steht und auch an einen glaubt. Ich habe mich besonders darauf gefreut, eben jeden Tag einfach etwas Neues zu erleben in der Gruppe. Man hat sich sehr, sehr gut ergänzt so untereinander. Wir haben sehr gut harmoniert. Mein Werk, das Tensio, handelt von der eigenen Wahrnehmung des Körpers und dem Selbstbild und wie dieses sich durch äußere Einflüsse, zum Beispiel normative Körperbilder, die durch die Gesellschaft aufgedrängt werden, so verzerrt wird. Ich glaube, dass wir ein bisschen mehr als andere sich getroffen haben und haben da ganz verschiedene Sachen gemacht. Manchmal hast du mir einfach vorgestellt, was du gerade so, woran du dran bist. Manchmal haben wir, habe ich einfach zugehört und die hat dann gesagt, ah spannend, vielleicht ein bisschen viel, vielleicht ein bisschen wenig. Ich habe wirklich anfangs mit so einem Berg an Material und Ideen angefangen und Nina hat dann, glaube ich, jedes zweite Mal gesagt, ja, also das ist, das ist cool, aber du musst immer gucken, dass es so ist und damit es realistischer ist und dass du es hinkriegst und dass du ein Projekt machst, was dir auch Spaß macht und worauf du stolz sein kannst und nicht, dass du alles versuchst noch mit rein zu bringen und dann funktioniert zur Wende halt nicht. Also mein Projekt heißt Do Not Touch. Man sieht basically einfach so eine Kommode, auf der ein paar Sachen draufstehen und wenn man auf die Kommode zugeht, dann sieht man, dass die Schubladen eben offen sind und dann sind da alltägliche Gegenstände drin, aber auch relativ private Gegenstände, um eben zu zeigen, dass der Zuschauer, wenn er das anguckt, eben so in privaten Raum eindringt von jemanden, weil es eben Grenzüberschreitung thematisiert und eben auch, wie leicht man Grenzen von anderen übertreten kann oder wie schnell Grenzen überschritten werden. Also ich glaube für uns war es wichtig, uns erstmal kennenzulernen, Gespräche zu führen über die Themen und Interessen von Emma. Wir sind dann auch immer kurz hier in die Ausstellung gegangen, Renaissance 3.0, weil ganz klar war, Installationen das interessiert sie. Es ist sehr wichtig, einfach von den ganzen Interessen ein Thema herauszuarbeiten, einen Fokus zu setzen und ich glaube das haben wir geschafft in unserem Gespräch. Ja. Well, um, my project is titled Havok. And, um, it's, it's a live coding work. So it's sort of a video screening of me, like coding and programming things. And then the picture gives you sort of a video visuals, uh, that are generated via the coding. And it's pretty much about perfection and its impossibility as well as AI and the need of humans to project that need for perfection onto AI. I think a lot of the mentoring was figuring out what sort of mediums work for you, what makes it interesting and what makes the project specifically about her skill sets. Um, I think the mentorship was also a little bit about support. That you can genuinely do this and it will be fine and you will do a good job. Um, I thought it was very helpful because, um, the work sort of reflects my own need for perfection. And the very first thing I remember Yashal saying to me was that live coding is sort of inherently not perfect. So that's sort of a phrase that I've kept in my mind while working on it continuously. And it really helped me sort of coming down from all of these expectations that I've had. And as Yashal already said, it was a lot about support. And it really, really helped me, like figuring out what I was going to do and then being able to actually do it. Also, I think it's always very nice to see how the young people in one year are developing. And how they can achieve it, exactly the Emotionality of this whole journey of a year in their own work. and to be able to collect the new tools for a year in the year. So, we're going to talk to that about the masterclassy pedium. That's the masterclassy pedium is a very nice feeling, which is actually an amazing opportunity to meet young people who have the same interests as you. And to be able to talk about things, with which you can't even share with friends or with your colleagues. And to be able to try new things together, which you can't even try it in the everyday life. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.